Ich bin Dedef Stolzenberg. Ich möchte Bürgermeister in Lübeck werden. Lübeck bleibt hinter Ihren Potenzialen. Das möchte ich ändern. Wir müssen neue Wege gehen, gemeinsam. Mir ist ein Bürgerhaushalt wichtig. Andere Kommunen machen es vor. Wenn Bürger mitentscheiden können, wofür Geld ausgegeben wird, dann werden neue Prioritäten gesetzt. Man kommt zu neuen Ergebnissen, die der Stadt gut tun. Investitionen in Menschen. In Lübeck gibt es so viele Menschen, die sich in die Kultur einbringen. Es werden Angebote ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Dies möchte ich als Bürgermeister unterstützen. Investitionen in Kultur, die schon besteht und fortentwickelt werden kann, statt nur bei Prestigeprojekten Dinge zu bewegen. Wenn Menschen sich betroffen fühlen durch Industrie in der Nachbarschaft, ist es wichtig, die Belange der Menschen ernst zu nehmen. Es ist wichtig, miteinander Themen anzusprechen und auszuräumen, damit keine Konflikte entstehen. Mitbestimmung ist mir wichtig. Das Wissen der Menschen vor Ort, in allen Lebensbereichen kann Entscheidungen positiv beeinflussen. Deshalb möchte ich gemeinsam mit Betroffenen, mit engagierten Bürgern, mit Jugendlichen die Stadt gestalten. Machen Sie mit! Ich werbe um Ihr Vertrauen. Von der Pannenstadt zur Bürgerstadt. Das ist mein Traum für Lübeck. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg beschreiten.